Wenn ihr jetzt auch bereit geht, ja. Man on the moon, nettings ist da. Ich bin gar nicht spannend, ob ich, äh, ich müsste, glaub ich, in der Mitte sein. Ich will in der Mitte sein, Mitte ist chillig. Will ich? Ach. Ansonsten will ich, na. Ansonsten will ich nirgends sein. Linkst und rechts sind beide gleich scheiße. Also rechts finde ich cool, wenn die ganzen Häuser, kannst du so genial vorrücken mit Infanterie. Ja, aber das geht auch. Rechts ist besser als links. Ich bin so ein Häuser-Kampf-Fanatiker, ich finde das Hammer. Ist auf jeden Fall besser als das offenes Feld. Offenes Feld verballere ich immer meine ganzen Rauchgranaten. Sieht so Hammer aus. Ja, ich hab's schon mal geschafft, in einem offenen Feld nur, um uns zu überqueren, 14 Rauchgranaten zu werfen. Die ganze Feld hat hier raucht, nur weil die durchlaufen kann. Du hast zwar Schüsse gesehen, aber Infanteristen-Ding draufhangen. Ich glaub, da sind mehr Rauchgranaten, als ich je geworfen habe. Ja, das glaub ich ja will. Ah, ich bin glaub ich rechts. Warte, war jemand zuerst Infanterie, damit ich seh. Ja, ich bin rechts. Ich bin links, fuck. Nein? Sag, ich bin in der Mitte. Warum wusstest du das? Weil ich mich so langsam angewöhnt hab, zu wissen, wo wer, sag ich mal, rauskommt, wenn man da in dieser Aufteilung ist. Kann man das da sehen? Äh, nein, das ist aber vordefiniert. Der oberste ist immer links, der zweite immer rechts und der unterste in der Mitte. Das muss man irgendwann anders nochmal erklären. Ich kann grad nicht aufpassen. Ich muss jetzt mit dem Vertrieb aufteilen. Ich brauch Konzentration. Ja. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht jetzt schon. Leute, der steht da eben auf dem Feld rum. Oder pusht hier direkt bei mir lang. Weiß nicht, ob ich das so lustig find. Weiter, bis es nicht weißt. Jawohl. Ich kann zwar die Mitte weiterhin. Wie den Rufensack, ey. Der Eiffel trisst. Jawohl. Oder bringt schon schweres M-G-Dings an. Ja, ja, das hat's gesehen. Das ist jetzt mal... Bei mir im Zentrum mal da unten. Bisschen lau ist das. Ach, paar Punkte, dann mach gleich meine Schwermaschinengewehre hier weg, dann ist mir denn alle D.H. Die sind nicht gestorben. Da hat's ein Krier auf den Faschlecken. Das geht doch. Für das Vaterland. Jawohl. Jawohl. Ja, löse ich noch hin, ey. Alter, ich muss so ein Fahrzeug vernichten. Ähm, M-G verdichten. Ich muss doch die andere Mauer da drüben einnehmen. Der Verbindeten braucht nicht Hilfe. Feuer auf, mein Kommando! Wir müssen alle so viel machen. Ich hab mal ne Flak geholt, ich bring die dann auch gleich in die Mitte. Ja, so brauche ich ne Flak. Keine Ahnung, weil ich ne Flak wollte. Oh, der Wichser. Jawohl. Jawohl. Ähm. Oh, der Wichser. Und ein Maschine, die wir gehen, ja. Nimm sie unter Feuer! Nimm sie unter Feuer! Verstanden! Pff. Ich hab geschossen. Was? Das finde ich nicht cool, da schießt er unten. Nein, das ist echt nicht cool. Dagegen habe ich den Panzerbückel. Ich werde jetzt versuchen noch weiter vorzurücken und meinen glatt. Dafür habe ich sein schweres Maschinengewehr und seine ganzen MG-Schütze umgelegt fast. Na gut, so gut wie fast der hat schon wieder Nachschub rangeholt. Aber der Fährt nimmt den Ground nicht vor, ist das ein dummer Typ? Hey, ich wollte mal einen Scharfschütze. Der muss das machen. Guck, das ist mein Kontrast in die Folgen. Boah, der wird nicht grad gehlt. Schloch. 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 Boah, was ist das? Ja, freu ich mich auch grad. Christian? Ja? Jetzt hört's auf. Hast du grad irgendwas getrommelt oder so? Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Weil es kam aus seinem Körper. Vielleicht war es außen. Vielleicht war es außen. Draußen war gar irgendwas, ich weiß auch nicht was es war. Vielleicht ist das ein Greyhound. Vielleicht ist das ein Greyhound. Ja, ja, den sehen wir. Dann reden wir da schon. Ohne Fenix Rock ist doch. Das geht nicht lustig. Greyhound ist kaputt. Oh, Fenix Rock ist weg. Ohne Fenix Rock ist doch. Hey, unten steht. Aaaaaah. Aaaaaah, hübsches. Dann kommt noch ein Greyhound lol. Weiß nicht, ob das ein Greyhound ist. Schieß doch mit Gottes willen. So. Damit haben wir eine M8 weniger. Den treffen wir natürlich wieder nicht. Alter, guckt euch die geile Leiter an. Wo? Bei mir. Die Leiter ist geil. Geht. Welche? Ich kann nicht gucken. Zeig noch mal. Oh, die da. Tja. Da kommt was bei dir angefahren. Ja, Scott. Geht ja noch. Wenn wir sein können. Immerhin habe ich schwere NG kaputt. Jetzt. Oh ja, geil. Yay, Ragequitter. Ja, das war der bei mir geil. Ich habe ihn zum Quitten gebracht. Ja, der ist in dem Moment rausgegangen, als ich auf seinen Infantrist bei dem einen Punkt geschossen habe. Aber das fand er nicht so lustig. Ach, der ist auch in der Mitte? Ja, ne, hier. Ich habe ihn da geschossen. Da kommt noch ein Greyhound. So, wie von diesen Scheißteilen bauen die noch. So, wie kann man restart machen? Oh, ich bin jetzt schon am Ende. Was so? Alter, die, wie viel... LOL, what da... Da standen zwei leichte Pucks, oder wie? Wo? Hier! Und ich fahre die Gapherm, ist die Gapherzette drauf kaputt. Okay. Und ein Greyhound, das ist alles auf dem Haufen. Ja, komm dann. Ja, oben machen wir mal schnell alle Punkte, dann... Nein, Philipp! Das hat ja keinen Sinn. Du Verräter! Verräter an der deutschen Nation! Oh, Mann! Das ist ja hier einfach... Jetzt ist alle raus. Yeah! Äh... Mit den 40 Leuten in Orison vermeiden, Mann. Dass da welche kommen. Martin, äh... Christian, die wir morgen haben, da... Hä, was? Ähm... Meisterf hat gefragt, ob wir morgen an... ...die wir in Partikel spielen wollen. Ja, keine Ahnung, Mann. Wahrscheinlich schon. Ja, bei mir ist es... Wenn ich mit beiden Leuten einfach nur Übungsspiele machen würde, also untereinander... ...dann würde keiner gegen mich spielen. Und so dumm ist. Und da den 1. Mai... ...dass den... ...und jetzt sogar... Josef Bayer! Ich weiß nicht, da kommt Josef Schützel rein, Alter. Haha... Ja... Ich kann zwar um 2 gegen 2 aufmachen, spiel ich. Ich geh euch! Haha... Philipp, auf geht's! Was? 2 gegen 2, wir beide gegen Daniel. Haha... Ja, welchen beim Pets? Ja... Mach mal Werk, Holle! Oh... Haha... Haha... Schlechte Erinnerung! Willst du Jagen dabei? Ja! Da ist drin! Ach... Interessant, lieber Christian! Ja... Ja... Boah... Das so, oder? Okay... Oh... Wir werden noch small thing, Christian! Haha... Ich brauch den Typen sowieso noch als Kanonenfutter. Haha... Aber erinnern ist ja doch noch gut! Ja... Ah, wird sich zeigen! Kommt drauf an! Nichts Outfit! Ja... Ich hab's jetzt gleich raus! Ja... Ich hab's schon besser! Ja... Das ist schon besser! Ja... 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 Das ist schon besser! Ich warte seit Wochen auf diesen Tag Und tanze vor Freude über den Asphalt Als erst ein Rhythmus, als gäbe sein Lied Das mich immer weiter durch die Straßen zieht Komm dir entgegen, dich abzuholen Wie ausgeweilt Ich auch, hast Glück gehabt, gell? Ich hab ja zu dir, ich meinte ja zu dir, dass du gut ausgeweilt bist Achso, ja, du auch, ne? Warnen wir uns den altbekannten Weg Wieder langsam Ankerdaten aus Zu den Reihen zu lassen Über die Brücken bis hin zu der Musik Wo alles lautet Wo alle draussen Und durchzudrehen Oh, shit, Nachladen Ah! Der weißt du nicht aus Was kommt denn rechts? Bistik-FZ Ja, ja Mal er ernsthaft Los, sind die verliebt? Ja, Granate Ja, Granate Jetzt sind wir noch 3, 4, 4 Aufere Kreise Kommen nicht mehr unter Zu sein Schildes An Tagen wie diesen Wünscht man sich für die Wichtigkeit An Tagen wie diese Haben wir nun Echtheit Kommen nicht mehr unter Like ich So enfermed Und durch Was immer unter Wenn wir fürs Kommen nicht mehr oder Ich Kommen nicht mehr oder Ich ется Wennft Und Es Ich 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 Ja. Hängt es bei mir oder steht dran an? Jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Probierst du. Hoffen, wirst du da. Tja, das war aber nix, ne? Ja, das war super Blower. Ja, das war super Blower. Viel zu früh auf gar. Schöne, von da an war mir klar. Es ist nur der Quantenleben. Es laber und ehrlich war. Ein von Klaus hat 1984 im Alkohol erzwingt. Hat ich selber schwer zu kämpfen. Mit meinen Herzen zu kämpfen. Wir lokt uns hier ein bisschen besser an, Christian. Ja. 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 Ah, das ist die Kfz-Stadt, was machen wir da? Das machen wir doch schon, ne? Oh, Christian, willst du den Test da mal aufnehmen, da liegt noch was schönes? Nein. So, nein, komm ich mir nicht davon. Okay, was war das, Christian? Das habe ich gesehen. Rechts ist auf jeden Fall 4F. Ja. Ja. Wo sind diese Tage? Wir machen alte Kisten auf und holen unsere Geschichten raus. Ein großer, staubiger Haufen, Altverkehr. Wir hören Musik von früher, schauen uns verplasste Fotos an, erinnern uns, was mal gewesen war. Und immer wieder sind es dieselbe Lieder, die sich ganzen, als würde die Zeit still stehen. Ich geh auf meiner Straße, lauf zu unserem Laden, seh euch alle da tippen, weiß, dass ich richtig bin. Und immer wieder sind es dieselbe Lieder, die sich anschauen, als würde die Zeit still stehen. Und immer wieder sind es dieselbe Lieder, die sich anschauen, als würde die Zeit still stehen. Und immer wieder sind es dieselbe Lieder, die sich anschauen, als würde die Zeit still stehen. Denn es geht nie vorüber, dieses alte Krieg, dass der Neue ganz hochkommt, wenn wir zusammen sind. Denn es geht nie vorüber, dieses alte Krieg, dass der Neue ganz hochkommt, wenn wir zusammen sind. Oh, Ficken. Und jetzt bist du am Zug, wie machst du das aller Liebsten, kommt es über mir vor. Und du weißt gleich, wird hier alles explodiert, ja die Welt ist nicht genug, so kurz nach dir. Oh, fuck, scheiße. Ja. Ich muss nicht wissen, wie du heißt, der wird genauso gehen. Ja. 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 Das war's jetzt. So endet dieser fast perfekte Traum Mit dem Pappen über dem Becken in deinem Bart Lass es raus 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 Anscheinend ja Josef Lass es raus Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Zum Abschied winken ihre Familien, schauen ihnen noch lange hinterher Und das Wasser liegt wie ein Spiegel, als sie schweigend durchs Dunkel ziehen Komm 50 Meilen bis zum Ziel, das so nah vor ihnen liegt Sag mir das, dass du ein Märchen bist Mit Happy End für alle Leute Und wenn sie nicht gestorben sind, nehmen sie noch heute Boah, das war Wartung Ich glaube ich, ich weiß aber nicht warum Bei mir steht immer Wartet auf Server dran, aber legen tut es an sich nicht Ich habe Ping von 17 Millisekunden da voll auf Bei mir hat es jetzt geschlossen Was hat es geschlossen? Bei mir war gerade für einen Moment komplett das Internet weg Ah, schade Ich habe euch auch nicht mehr gehört und dann kam Verbindungen drauf drauf Ah ja, Verbindungen drauf drauf steht, das war schade Da gerade, wo ich meine Luxe unterbriert habe und meine die nächste Welle feitschüter ankam Jaja, natürlich, du Jetzt hauen wir mal auf die Buchse und dann zeigen wir dem, wie man das richtig macht Hm, das sehen wir jetzt Ich habe das Gefühl, ich werde gleich von irgendwie ganz vielen kleinen Panzern oder sowas überrannt Und dann am Ende kommt auf einmal ein Pershing und ich habe kein Geld mehr Hm, das kann sein Oh, kick den, kick den, kick den, kick den, kick den schnell Er hat zu viele Punkte, kick den, kick den Ah, wir sind so, so bösartig Ah, wir sind so, so bösartig Wieso? Bisher hatte mein Bett immer nur eine Matratze, wo ich, also, und halt drunter ein, ähm, Lattenrost Und jetzt habe ich halt das Gestell drumherum, deswegen musste ich vorne auch weg, um das aufzubauen und alles Ähm, und jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen, vor allem, weil eine Decke drüber lag Ich habe mich so, weiß, so dagegen drauf fallen lassen und vor allem mit dem Schiebein gegen das Holz Ähm, tja Passiert Dumme Menschen nehmen kürzer Ja, allerdings Ich dachte zuerst, Daniel will allein gegen uns beide spielen Ja, habe ich da auch gedacht Aber dann ist das so ein Tipp gegeben Ja, aber wenn er probiert hätte, allein zu spielen, wenn es das hätte er geschafft? Nee, hätte nicht Aber auch nicht Schon möglich Da übernimmt er sich ein bisschen So, guck, der hat einen Nullpunktetipp Oh mein Gott, what the fuck War das bei dir oder bei mir? Äh, bei ihm Das war bei ihm Oh shit Er blauscht uns Psst, Philippe wird jetzt nicht mehr über Taktik reden Er ist wieder da Ja Also wie übersprach Also wie übersprach, wir sparen beide aufm Königstiger und fahren dann einfach vor, okay? Ja genau, 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 das machen wir Alles macht mal Kann ich starten? Ja Hä? Hast du einen sehr guten PC, Daniel? Ja Weil du bist immer schon fertig geladen, bevor ich nur angefangen habe Habe ich das Gefühl So richtig so, 200.000 kostet er Oh fuck Oh fuck Ich glaube so viel kostet die ganze Einrichtung von meinem Zimmer nicht Jawohl Ich will euch direkt sagen, weil ich den ersten im Januar gekauft habe Ach das ist doch, ach Ich habe insgesamt vier PCs in meinem Zimmer stehen hier Oder in dem Zimmer, sagen wir mal so Oh cool Das ist alles mein Drecks MG Schütze Ich habe extra drauf gewartet, ich wollte eigentlich, dass er den killst Normalerweise lasse ich ihn nämlich nicht stehen Ich habe noch kurz was auf Facebook geschrieben Ich habe noch kurz was auf Facebook geschrieben Ich habe nicht geguckt, wie mein, mein Mitspieler war Aber Ich habe schon gekauft 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 Ich habe schon mal die beiden h das muss er ist na ich mag es bloß ja an einem anderen aber ich bin schneller der typisch schneller in Kanate werfen und schießen als mein Typ nur schießen mit dem wer tut mir ein bisschen leid weil ich den auch selber steuern eines im Gegner hat gerade Hanka hat über die Schulter geworfen das sah gerade so komisch aus das das ist nicht gerade selbst gesprungen ich dachte er wird durchgeflogen zu dir die Heikana liegt da noch auf dem Boden oder du hast eine neue genommen Läufer oder zu treffen ist extrem schwer das liegt an dem Gebäude ich habe noch mal noch mal Alter Mann das klingt übel bei mir nur eins auch Fick dich Oh shit 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 einen Bau habe ich noch ich bin jetzt auch den kriege ich auch leider weg bei dem halt anders das kommt noch ein paar ok gut durchgeschossen Boah, jetzt geht's mir umsack mit deinem Verdrissener. Aber jetzt hast du. Oh man, lebt der Greyhunter hinten noch, Christian? Ne, der ist kaputt. Okay. Ich dachte gerade. Da kommt der nächste, oder? Ja. Oh fuck, das ist der Pack. Die Kamera erraschend. Jo. Viel erfüllt. Da liegt mal den ganzen Druck dran. Dann sind wir mal mit 2-3-4 Mann los. Oh komm. Bom. Ey cool. War aber nett. Nein, das hilft dir jetzt nicht. Doch mir hilft's. Du tust nur so um mich zu verunsichern. Nein, das hat wirklich geholfen. Dann schieß ich ihm jetzt die restliche Deckung mit der Panzerbüchse weg. So, das hast du jetzt davon. Du hast die Panzerbüchse? Ja. Ja, ich bin schon die ganze Zeit da. Dann hab ich schon 2 Greyhorns gekillt. Oh, jetzt ist er tot. Ist für nicht, ist für nicht unsozial. Ich hab da was angefangen. Ich hab da was angefangen. Ich bin trocken. Ja, schon ein bisschen. Ein paar Sekunden hab ich gedacht. Es klappt nicht. Das wär doof geworden. Was hast du gemacht, Christian? Ähm, ich hab Pergranate auf den Schärfen in der Mitte geworfen. Mein Typ, wie immer, wirft natürlich ne Weile links. Oh fuck. Das ist doch nicht der Problem. fahr nicht weg mit deinem Panzer fahr nicht weg von wenn ich dann tatsächlich auch mal merke dass du auf mich schießt dann fahr ich auch weg auch ich bin so ein das ist aber nicht so ein spielverderber mehr allerdings toll in der mitte geht's grad übel ab Hälfte aufgeräumt holen wir mal das nächste Speerfeuer da raus das ist doch gar nicht so ein spiel also geht doch ach schade du Arsch links fahrzeug das ist doch nicht so ein spielverderberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Oh fuck Gott, noch, da bin ich in die Haft Christian, er fängt schon wieder damit an Sag ihm, er darf das nicht Was denn? Uuuuh, Panzerjäger Gut zu müssen, dass er Panzerjäger ist Ja, besser du weißt, dass er Panzerjäger ist, als dass der drauf geht Wegen dem Stuhl, 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 Mix Pff, reiß gleich die ganze Mauer mit ihm reingehen Immer Gehört auf mich Ach Keine Nachhinschüsse Woll, warum geht denn das jetzt? Boah Ah, noch was zu melden Nein, 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 nein Und meine erste Kfz beschädigt Ist nicht mehr weggekommen Oh fuck! Toll für'n Wolverine! Da hat mir die mittlere Packe eigentlich noch ganz gut gepasst Na ist mir egal, dafür habe ich das Schwer-DMG weggeholt Unten eine M8-Hau-Bitze und ein Mörser Mörser überhaupt? Ja, dein Freund hat einen Mörser Betonung auf harte Nein, 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 so spielen wir nicht Verstanden? 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 Feierschutz! Jetzt! Jawohl! Wird gemacht! Was? Ist er nicht? Jetzt ist er kaputt, ja Verstanden? 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 Das Ziel ist in Reichweite! Leute, Peranol ist im Kotzen. Damit sie sich selbst sterben! Nehmt sie unter Feuer! Kotzen. Ich hasse es! Ich hab den Mercer vorhin überfahren, entweder ist das ein neuer, oder der hat gecheatet. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich hab nicht drauf geachtet, ob er neu dran will. Hast wohl grad deine eigenen Leute erschossen. Na gut, die Mauer ist wegfällig, dann kann ich ihm also so unter Beschuss nehmen. Ansonsten, die ineffektivste Seite ever, ha? Ja, schon ein bisschen. Ach, scheiße. Nein, 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 du bleibst jetzt stehen. Da hinten steht noch ein Mörser. Hab ich das Gefühl. Da hinten steht noch ein Mörser. Da hinten steht noch ein Mörser. Oder in der M8. Ja, in der M8. Ja, in der M8. Arschloch. Ich hab schnell mal Glück gehabt. Ich hab neulich auch bei einem Wolverine mich fast zu Dodo geknippelt, den kaputt zu machen. Ja, die Teile halten natürlich die Führer aus eigentlich. So, so ab und zu. Manchmal geht's auch gleich kaputt. Arschloch. Philipp, hast du nen Muni LKW? Eeehm, ne. Ich hole einen. Den gebe ich ihn dir auch gleich. uri Irrw Warum ist der da stehen geblieben? Der konnte auf einmal nicht mehr fahren. Arme, arme. Ne, warum hab ich plötzlich in der Mitte kein Infantik mehr? Das Duell lass ich mich jetzt heilen. Ah! Glückwunsch! Ich muss mich verarschen, diese scheiß Panzer hält doch nischt aus. Shit, 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 shit. Gut, dass du was gesagt hast. Nein! Triffst du tatsächlich mein Tor? Danke, danke, wirklich, danke. Danke, der war knapp, Alter. Ich hätte es nicht gemerkt, wenn du nichts gesagt hättest. Ah, nice. Ist er kaputt? Nee. Noch nicht. Philipp, mach du das Ding kaputt, ich hab Angst, dass er am 8 ist. Ich... ich probier's ja. Oh, ja, genau. Oh, ja, genau. Ja! Alter, sich doch, was ist denn das denn? Stock? Ja. Hallo. Hallo. Vielleicht irgendwann ist es einfach genug mit den hässlichen Panzern da. Wahrscheinlich geht jetzt meiner sterben, aber das interessiert mich nicht, weißt du? Ja. Ach, scheiße. Nicht doof. Okay, hab nen ganz kaputt. Gut. Bild läuft besser. Ja. Ja. Toll, jetzt hab ich drei Panzer, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Als Infantrie war das wohl keine Option mehr. Ja. Nicht mehr so. So. Oh shit. Den Mörser hab ich noch erwischt. Das sah aber lustig aus. Ja. Allerdings. Was kommt denn denn in den letzten Tagen? Das, das, das? Ja. Wir sind eigentlich so nervtöten bloß. Geht nicht. Hab's ja. 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 Verstanden. Was kommt denn da? Hm. 76er Sherman. Ach, blicka. Ja, opfer dich. Richtig. Opfer dich. Und, hab die Brac getroffen. Brac ist gut. Getroffen, okay. Ne. Beschädigt. Doch. Ach. Ach. Fahr den mal weg, Philips. Der baut mir einen Spawn zu. Ach lol. Ich hab ja noch den. Doch, hab ich vergessen. Ja, kein Problem. Ich hab noch den. Ach so, ja. Verstanden. Jawohl. Ich hab nicht schon gemacht. Ey, diese scheiß Wand da ist zum Krozen. Ey, ich hab mil. Probiere noch ganz kaputt zu machen Oh shit Deine ist ja schon so nah Kein Problem Sind eh nur vollgestummte Leute Es sind glaube ich auch nur welche vom Gatner gestorben Dann gebe ich mal meine ersten Heldenpunkte raus Können besser sein Nur guck du wenn sie sich ausgehen War ich der Typ der Bazooka? Glück gehabt Glück gehabt dass er dumm ist oder wie? Ja Glück gehabt dass ich getroffen habe Jawohl Jawohl Verstanden Jawohl 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 Nein 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 nicht hinstehen Oh Jawohl 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 Vindel Ok Oh, lustig. Betroffen. Oh shit, meinen eigenen. Oh, jetzt ist es nötig. Feuer auf mein Kommando! Der Börser da räumt alle drauf. Oh Gott. Ach so. Die Flakgeschosse, die so komisch aussehen. In meinem schönen Lensitzfeld hier. Sag mal, warum gehörten uns die Meter nicht? Wie sollen wir das? Oh, weil ich hartnäckig bin. Ja, in der Tat. Weil es uns nicht auffällt. Weil es uns nicht auffällt, ey. Deinen Verbündeten habe ich jetzt auf den Spawn zurückgedrängt. Ja. Das ist halt das Problem mit random Verbündeten. Fick, Alter. Ja, und jetzt hat er urplötzlich in 76er Jumbo gebaut. Ja, was euch dazu noch sagen. Fuck. Der zähle ich jetzt, wo mein Wirbel ist. Ja, ganz gut so. Jetzt endlich. Es war nur ein Wehrpflichtiger, okay. Krieg's mir mal. Krieg's mir mal Infanzino, wo du willst. Das war ein Wehrpflichtiger, Alter. Ich geb die auch gleich. Äh, hätt ich mit meinem Fjahr einfach drüber fahren können, weißt? Das war so geil. Was? Na wann traut er sich endlich? Na wann traut er sich endlich? Wie geil. Wollen wir euch nochmal überraschen? Das ist doch scheiße. Hocken überall immer wieder Typen. Ne, immer wieder alles umbringen von mir. Warte mal, der kommt jetzt und tötet mich. Oh, Pershing. Ja, Pershing. Daniel. Oh, das finde ich nicht lustig. Nein, 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 das tue ich nicht. Nein, 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 das tue ich nicht. Nein, 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 das tue ich nicht. Ja, lass einfach liegen, Mike. Ja, Homer, das hört sich ein bisschen an wie Lisa. Jawohl. Welche Lisa? Marcy. Ja, ist oder dies? Nee. Bisschen anders heißt es, ne? Och, schade. Geh weg mit deinem Jumbo. Äh, Pershing. Scheiß drauf da. Das komische Ding. Hörraaar! Uff! Verstand! Nehmt sie unter Feuer! Feuerschutz! Jetzt! Komme uns! Nein, 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 nein! Nicht erster Schuss! Nicht erster Schuss! Was zur Hölle macht denn der Pershing da? Ähm, mein Tiger. Wass so? Ja, ne... Banchel! Woah! was hast du noch geschossen, dieser scheiß Packter? ja immer noch hey ich hab gedacht, die verlieh ich den schon lange er hat mich schon zweimal angeschrieben und hat die Pack kaputt gemacht Gott, kann man sich nicht auf seine Verbündung verlassen, was hat er gemacht hat, ey ja wie gesagt, Freunde Verbündete, es wird so nichts ansonsten hätte ich jetzt das ganze Panzerfaust-Team auf den Tipp losgelassen den, den Panzer mein Herz ist nicht so schlimm da hört noch ein Tumor, ne? 76er Tumor, ja sag mal die Typen da hinten ringen mich jedes Mal aufs Neue auf, weißt du das? was, was ich mich hier wehre? ja wer hat dir den scheiß erlaubt? hat dir das seine Mutter beigebracht? also ich lebe nach meinem eigenen Motto, das heißt niemals niemals ein Gramm immer angreifen ich denke mal, damit lebe ich grad gut jetzt, jetzt, jetzt könnt sie echt die Mauer kaputt machen dann? nein, ich will da einen Typen dahinter treffen wir machen immer die Mauer kaputt irgendwie Aber ich hab noch 4F, was mach ich mit dem die ganze Zeit? Den mach ich ja gar nichts mehr. Weißt du... Ah! Ja, nein! Das war jetzt nötig. Weißt du, das hab ich jetzt gebraucht. Ey, der Tiger holt an. Wo hast du deine Pack hingestellt? Ich? Ja, ich warte nur auf deine Pack. Trifft, trifft die Stand, wenn du dich nicht um Ort bist. So ganz klar. Endlich. Und jetzt noch ein Weg. Oh nö, oder? Mann. Mann. Ich glaub, du bist ein 76er, krieg ich da hinten nicht weg, oder? Hm... Ich vielleicht von links. Aber ich brauch jetzt erstmal n bisschen Zeit. Ey, Alter, mein Panzerfriedhof, mein kleiner. Warum steht das Stuck da? War es ein Stuck oder ein Stu? Stuck Mit diesen unglaublichen Null getöteten Leuten Angriff Das kann doch nicht wahr sein, ey Ja, dieser Dexix ist 70mm Sherman Jumbo Da bringt mich noch zu Verzweiflung, ey Könnt ihr Deity inzwischen lange gewinnen, wenn jemand hier hat? Das glaub ich nicht Aber voll Mit dem hat die Abdeck schon dreimal durchgebrochen Ja, aber du hast es nicht, weil du hast es verkackt Na, das kann ich nicht, aber Verkackt hab ich noch gar nicht Verkackt, das gibt's in deinen Wortschruts nicht, oder wie? Kommen wir zu nicht mal um die Mitte Das ist so gut's geht, ja Ja, schick Infanterie hin, meine ich Ich hole den 76er-Jump Boah Mg-Schütze töte ihn doch Oh, ah doch Letztendlich hab ihn Ich hole den 7 Ich hole den 7 Nein! Ist das geil! Tanja, warum freust du dich? Weil ich dich immer lustig finde! Was denn? Ihr meint, ich hab noch ein weiteres Stück Mauer wegbekommen! Oh nein, den fangst du den schon wieder schon! Mann, Philipp! Das kann ich echt nicht machen! Ich will dir davon keine Aufklärung kriegen! Genau, dass wir keine so lustig! Oh mein Gott! Alles, was wir selber machen! Geht doch mal los! Ja! Ne, ne, ne! Ich will nicht! Halt, stopp! Philipp ist zurück mit Infanterie rechts nach, los! Danke! Mit der Infanterie? Was für Infanterie? Wovon redest du? Pfff! Kauf einfach Infanterie mal in Kauf! Hätt ich halt dann zu viele Panzer vor! Ich hab 98kp voll! Ja, dann schick halt Panzer vor! Schmehr egal! Oh! Schöne Versuche ausgewichen, ne? Ich bin ja richtig ausgewichen! Ich bin genau im perfekten Moment abgetaucht! Oh! Huh! Ich bin unbesiegbar! Nein! Oh! Ja! Ja! Hahaha! Oh ficken das war so... Ah! Gib zu das war geil! Ich hab keinen Nebelwerfer, das ist nur Philip. Und es nervt ihn, also find ich's gut. Ach nö. Ich find's interessant, dass ihr's nur schafft, mit diesem Orb noch gegenzuhalten. Wieso ihr? Hallo? Wie soll das jetzt heißen? Ach nö. Schautsache das. Ah nö. Denke hat das Ding vernichtet. Ja, warum schreibt der mir denn dauernd so'n Scheiß? Warum schreibt mir meine Verbündete dauernd, dass er sowas vernichtet und dann noch nicht kann doch nicht tun. Ich weiß es nicht, vielleicht sagt er will das machen. Hey, also I have killed und ist für mich nur eindeutig. Ach was? Ich hab einen Schauschütze erwischt. Ich hab einen Schauschütze erwischt. Ich hab einen Schauschütze erwischt. Mein Tiger ist mein Alltagmittel. Jemals du, auch leuchtest du in der Baum. Ich hab einen Schauschütze erwischt. 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 den Prozess Ich weiß nicht, dass die Waffe aufnehmen wird. Jetzt fahr' ich schon mal. Yay!